Und natürlich haben wir ihn auch in der Lage der Liga dazu befragt, was denn eine mögliche Verpflichtung eines Sportvorstandes Max Eberl betrifft und inwieweit er da eingebunden wurde oder wird. Der Vorstandsvorsitzende wird in solch eine Thematik üblicherweise auch mit involviert eingebunden und so etwas ist bis dato nicht passiert. Insofern kann ich da mehr gar nicht zu sagen und ich würde es da auch ganz gerne halten, indem ich sinngemäß den Uli Hoeneß zitiere, der ja vor ein paar Tagen erst etwas dazu gesagt hat, dass zunächst einmal die Entlassung von Max Eberl Sache von Leipzig ist und der FC Bayern damit nichts zu tun hat. Alles andere Spekulationen und das werden wir dann sehen. Also Dresden sagt, er ist bislang nicht eingebunden worden in solche Überlegungen. Heißt das, es gibt sie noch nicht beim Aufsichtsrat oder Sie haben mit Dresden noch nicht drüber gesprochen? Herr Brückelmann, wollen Sie mich gerade vorführen? Um Gottes Willen. Das ist die Antwort auf diese, das möchte ich schon nicht hören, ehrlich gesagt. Ich könnte mir ein anderes Thema machen. Das meint das, man kann doch Dresden nicht ernsthaft meinen. Also Eberl geht doch nicht bei Leipzig und sorgt dafür mit, durch viele Dinge oder einige Dinge, dass er dort gehen kann, um ins Nichts zu wandern, in den Sonnenuntergang. Sondern natürlich ist das Thema Bayern und er wird in den nächsten Wochen, ich glaube noch in diesem Kalenderjahr, bei Bayern unterschreiben. Das wird er doch nicht machen, weil er da plötzlich reinschneidet und sagt, mein Name ist Eberl, ihr kennt mich nicht, aber ich bin ein ganz toller Junge, ihr gebt mir doch sicher einen Vertrag. Und dann erst kommt der Vorstandsvorsitzende und sagt, oh, das wusste ich aber, hör auf, das ist Trockenschwimmen, Spiegelfechterei.